Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserer Basis. Und die Idee vom Ende der letzten Folge hat mir gar nicht so schlecht gefallen, muss ich sagen. Die Idee mit der Höhle, die wir da haben. Aber da müssten wir das hier erstmal aufladen. Oh, das können wir sogar aufladen. Unser Minenwerkzeug. Und die Idee mit der Höhle war folgende. Wir laufen ja immer hier durch den Berg, über den Berg. Nein, wir können ja auch durch den Berg laufen, wenn wir hier vorne einfach ein Loch reinbohren. Dann sparen wir uns nicht nur Zeit, nein, wir sparen uns auch noch Ressourcen. Da sind wir wieder, in unserer Basis. Ja, da steht es. Ich glaube, so machen wir das jetzt mal. Wir bohren also G-Schme... Ach, da oben ist doch ein Loch. Egal. Wir bohren uns G-Schmeidig ein... Hey, das geht das nicht. G-Schmeidig ein Loch hier durch. Oh, das sieht aber nicht schön aus bei uns in der Basis. Oh, die Basis wird fürchterlich aussehen nachher. Total zerstört alles. Ah, das geht schon. Waffe leer, kein Problem. Ich glaube, wir sind zu tief. Das sieht wieder nicht so schön aus. Das ist ja gar nicht richtig hier. Wo sind wir denn hier? Ah, wir müssen ein bisschen rechts rüber. Ist das richtig? Hey, wo ist unser Loch? Ach, da. Echt? So ein unschönes Loch haben wir da durchgebaut. Ja, wir sind über den Hügel da meistens gekommen. Und dann wäre das... Wie machen wir das denn jetzt? Das wäre eigentlich genau auf der anderen Seite. Egal, aber wir kommen schon mal besser über den Berg. Komisch. Ich dachte, hier wäre das doch auch schon mit dem Loch. Ich habe den Eindruck, das sieht hier ganz anders aus als vorhin. Aber wir sind einfach nur durch den Tunnel gekommen. Da ist doch eine Höhle. Nehmen wir die doch erstmal. Nein, das ist keine Höhle leider. Gibt's doch jetzt nicht. Wo ist denn die Höhle? Irgendwie sind wir hier falsch. Dann nehmen wir diese Höhle hier. Och, das ist auch keine Höhle. Das ist ganz auf der anderen Seite irgendwie. Nichts einsammeln. In der Höhle, da brauchen wir noch unseren Platz. Na, das war ja schon mal eine prima Idee mit dem Loch. Aber wir werden von der Höhle aus Richtung Basis bohren. Und dann so ein bisschen nach links gehen. Und dann, naja, müssen wir da eben in der Höhle einmal abzweigen. Aber dann geht das schon. Ist das hier eine Höhle? Oh, ja, nein. Hätte sein können, ist es aber nicht. Da, wir haben ja alles gescannt. Diese merkwürdigen Fußabbrücke können wir uns knicken hier in der Gegend. Na klar. Wieder am Platz voll. Wollten wir doch gar nicht machen. Gefährlich? Schräg ! Nicht er, gewonnen zu werden. Gar nicht. Aber hier ist eine Sache. Geh ! Standing. Die Ska versucht von da, Darmut sind hier eigentlich nicht. Wenn duvidemment nicht schaffst, Nein, nein, schon klar. Nein, 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 nein. Ah, da bauen wir lieber von der anderen Seite rein, oder? Ah, wo ist die Höhle? Links oder rechts? Moment, wir haben... Da oben haben wir die Allions gefüttert. Ganz am Anfang mal. Ah ja, genau. Dann sind wir hier rübergegangen. Letztens. Und haben hier irgendwo die neue Höhle entdeckt. Die wir wahrscheinlich selber reingeschossen haben aus dem Orbit. Oh, hier gibt es so viel zu entdecken. Okay, erstmal die Höhle. Wir brauchen Material. Und zurück schießen wir uns durch den Berg. Peng. Ah, genau. Da ist sie. Oder? Das sieht irgendwie anders aus, hier die Spalte. Uff, das sieht ganz anders aus, aber das nehmen wir jetzt, oder? Ach, das waren wir. Damit wir hier rauskommen. Ist schon Gras drüber gewachsen, so ein bisschen. Ja, schön. Ja, und nochmal. Das Schöne ist ja, dass hier unten keine Gefahr droht. Ich dachte am Anfang, in Höhlen wird es gefährlich. Aber so ist es hier gar nicht. Im Moment zumindest nicht. Wir dürfen nicht vergessen, ein bisschen Sauerstoff mitzunehmen. Reines Ferit. Nein, wir brauchen Sauerstoff ein bisschen. Auch für uns, um... Und, 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 und... ...um vor allem etwas bauen zu können. Ja, in so einer Höhle ist man ja ratzfatz voll. Wir haben noch einen Platz frei. Da sollten wir uns jetzt also drum kümmern, dass wir Sauerstoff reinbekommen. Oh, wie schön. Die Sternenknollen hier. Viel Sauerstoff, damit wir auch viele von diesen Geräten bauen können. Den Raffinerien bauen können. Damit wir da unser Zeug ablagern können. Ach, wir haben nur einmal Kohlenstoff jetzt eingesammelt. Das ist aber wenig. Ja, hier gibt es doch bestimmt auch irgendwas mit Sauerstoff drin in der Höhle. Was können die denn? Kobalt. Ähm, diese hier. Kürbisknolle. Hm. Verdächtiger Geruch. Okay. Kann man nicht sagen, was man da rausbekommt. Kein Sauerstoff wahrscheinlich. Kobalt hier vorne wieder. Zipkit. Luceragium, äh, das bringt uns Kohlenstoff. Ja, das ernten wir ja hier die ganze Zeit schon. Das bringt uns Sauerstoff. Und Natrium. Okay. Oh, das hat uns jetzt aber nur Natrium gebracht, oder? Das da oben. Sauerstoff und Natrium. Steht aber nur Natrium dran. Hier auch. Sauerstoff, okay. Okay, für Sauerstoff war jetzt echt kein Platz mehr, oder? Hm. Technologie aufgeladen. Nee, war kein Platz mehr dafür. Ferit-Staub. Ja komm, das zerstören wir jetzt einmal. Du, 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 Ausrangschirm. Hey, wieso ist da Natrium auf einmal? Da war doch vorher Sauerstoff drin. Natrium, ja, Natrium haben wir ja im Stapel. Das ist aber auch nicht die Höhle, die ich meine, in der wir vorher gewesen sind. Oder doch. Oh, da doch. Oh. Aber ohne Sauerstoff kommen wir ja nicht weiter. Ach da oben. Sauerstoff. Ich sehe nur Natrium. Hier geht es raus. Kein Sauerstoffmensch. Kein Sauerstoffmensch. Kein Sauerstoffmensch. Sauerstoff. Na endlich. Was war das denn jetzt? Wie kommt der denn hier rein? Moment, haben wir da überhaupt noch Platz jetzt für Sauerstoff? Ne, haben wir gar nicht. Weil wir den jetzt erschossen haben vielleicht. Oh nein. Ach so, ja dann zerstören wir das doch hier von ihm. Mhm. Mhm. Ja gut liebe Welt da draußen. Das scheint ja zu klappen. Äh. Es dauert etwas. Ist ein bisschen mühselig. Aber ich glaube wir haben eine Lösung gefunden. Wir hatten vor einigen Folgen ja schon die Idee dazu gehabt, dass wir das so dann ungefähr machen. Ja okay. Wir dachten wir bauen einfach so ein paar Wände und Kisten und verwerten die nachher wieder, wenn wir das Zeug brauchen. Aber so geht es jetzt auch glaube ich. Ja wie gesagt es dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber dafür geht es auch weiter. Aber nicht mehr in dieser Folge. In der nächsten werden wir hier die Höhle weiter aufräumen. Und ich bedanke mich noch für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.